ja Jojo Leute was geht ich bin's wieder PJ One und ja klar mal wieder mit einem Infovideo ne als wär's nicht genug ja gut Leute wenn ihr euch denkt ich mache viele Infovideos dann schaut euch mal diesen Typen an ja nichts gegen dich Bruder aber 4 Infovideos hintereinander ist es dein Ernst aber egal ich will dich hier ja auch gar nicht haten ja es geht um meinen Kanal also ich hab ja in dem Video in meinem letzten Video gesagt dass ich Minecraft quitten will und also erstmal Info dazu das Spiel was ich jetzt hauptsächlich tocken werde ist wahrscheinlich Rocket League aber das wird auch nicht lange andauern also ich denke mal ich werde auf jeden Fall noch andere Spiele jetzt öfter spielen deswegen hier eine kleine Liste ein paar Spielen wo ihr ein bisschen abstimmen könnt ja zu den drei unteren Sachen die Kälte ist auch nicht mit Capture Kata von WB2 Kälte erst bei mir ließ und ich denke ich werde dann die drei Sachen spielen die da für am meisten abgestimmt wurden falls ihr das Video gestern noch nicht gesehen habt dann nenne ich euch nochmal die Gründe wieso ich jetzt kein Bock mehr auf Minecraft habe also erstens weil es erscheint äh so ein paar Bugs gibt bei Minecraft irgendwie also das Gefängnis was Mario gebaut hat auf unserer Map also auf unserem Server das ist einfach jetzt komplett weg ist einfach weggebugt es wurde nicht gegrieft es war kein Griefer drauf es ist einfach weg ich verstehe nicht wieso das waren drei Monate Arbeit und es ist einfach weg ja zweiter Rund ist auf jeden Fall die Minecraft Playstation 4 YouTube Community also das es sind nur unkreative Leute also die meisten die laden halt echt nur PvP Montage oder Compilation so wie man es auch immer nennen will also kann ich euch jetzt auch mal ein paar Beispiele zeigen ja und mit solchen Leuten will ich einfach auch nicht verglichen werden weil diese Menschen die sind einfach unkreativ es sind einfach kleine Kinder die irgendwie 12 13 sind schon 1k Abos haben oder so und das ist einfach nur das ist einfach nicht mehr normal also ich weiß nicht wie man sowas feiern kann also ich verstehe da tatsächlich die Community dahinter auch nicht also deswegen werde ich mich definitiv von diesen Leuten auch distanzieren und irgendwie auch andere Sachen machen so let's play oder sowas auch also falls ihr jetzt nicht mit dieser Veränderung klarkommt dass ich kein Minecraft mehr spiele da könnt ihr mich natürlich auch deabonnieren aber falls ihr solche Leute seid die auch nicht nur Minecraft gucken die auch andere Sachen gucken können könnt ihr mich natürlich auch abonniert lassen und könnt diesem Video auch einen Like geben ich würde sagen das war's stimmt in den Kommentaren irgendwie ab mit irgendeiner Zahl und ich würde sagen ciao Hold'm ko je ich do ich wie wir und